Ja, willkommen zu Programmierparadigmen und zu diesem sechsten Teil im Modul Typsysteme, in dem es um die formale Definition von Typsystemen geht und wie man das Ganze konkret aufschreibt, wenn man so ein Typsystem designt oder entwickelt. Die Typsysteme, über die wir bis jetzt gesprochen haben, waren im Prinzip die Typsysteme, wie sie so in einem Compiler implementiert sind. Aber neben dieser Implementierung in Compilern oder vielleicht auch Laufzeitumgebungen von Sprachen, werden Typsysteme oft formal aufgeschrieben und formal definiert und viele von denen, oder zumindest manche von denen, die formal aufgeschrieben werden, werden schlussendlich auch mal implementiert. Dieses Feld, was sich mit Typsystemen beschäftigt, ist ein aktives Forschungsfeld und es gibt eigentlich jedes Jahr eine ganze Reihe von Publikationen dazu, die sich insbesondere auf neue Sprachen konzentrieren, die vielleicht erst vor kurzem populär geworden sind, oder auch darauf konzentrieren, besonders starke Typgarantien für vielleicht existierende Sprachen zu geben, in denen das aktuell genutzte Typsystem nicht so ausdrucksstark oder garantiebehaftet ist, wie man sich das vielleicht wünscht. Was wir jetzt hier in diesem Teil der Vorlesung machen wollen, ist uns für eine ganz ganz kleine Spielsprache einfach mal so ein formal definiertes Typsystem anzuschauen, und zwar für sogenannte Typed Expressions, also für ganz einfache Ausdrücke, die Typen haben. Und die Frage ist, wie kann man aufschreiben, welche Typen diese Ausdrücke denn haben, und wie kann man aufschreiben, ob bestimmte Typen, ob bestimmte Ausdrücke denn überhaupt so legal aufgeschrieben werden können. Bevor wir das Typsystem für diese Ausdrücke definieren können, müssen wir vielleicht erst mal aufschreiben, was diese Ausdrücke überhaupt sind, und das machen wir, indem wir die Syntax dieser kleinen Spielsprache, die wir hier anschauen, einmal aufschreiben. Also unsere Ausdrücke schreiben wir alle in dieses Nicht-Terminal T, und die können folgendes sein, also wir haben zum einen den Ausdruck True, der einfach den Boolean-Boolean-Wert True angibt, und den dazu passenden anderen, nämlich False. Dann können wir Ausdrücke aufschreiben, indem wir sagen, wenn ein bestimmter Ausdruck T gilt, dann gibt es einen anderen Ausdruck, den wir sehen wollen, und falls nicht, dann gibt es noch einen anderen Ausdruck, das heißt, dieses If-Then-Else gibt sozusagen einen Wert zurück, der entweder das zweite T hier ist, wenn das erste T zu True evaluiert, oder eben das dritte T hier ist, wenn der erste Ausdruck zu False evaluiert. Was ich auch machen kann, neben diesen Ausdrücken, die in der Regel Boolean-Boolean-Werte zurückgeben, oder eben ein Boolean in der Bedingung des If brauchen, ist, dass ich den Wert Null als Ausdruck habe. Das heißt, wir können auch Zahlen in unseren Ausdrücken haben. Dann haben wir diesen Successor-Operator, der einen bestimmten Ausdruck T nimmt und einfach den nächsten Wert zurückgibt, also zum Beispiel Successor von 3 wäre 4. Und äquivalent dazu habe ich auch diesen Predecessor-Ausdruck, der den Vorgänger eines bestimmten Wertes zurückgibt, also zum Beispiel der Predecessor von 4 wäre dann 3. Und um von Zahlen dann auch wieder zu den Boolean-Werten zu kommen, habe ich diesen Is-Zero-Operator, der für eine gegebene Zahl zurückgibt, ob diese Zahl tatsächlich Null ist oder eben nicht. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist die Syntax aufzuschreiben. Was ich an der Stelle nicht mache, weil das über die Vorlesung doch ein bisschen hinausgeht, ist die Semantik dieser kleinen Sprache noch formal aufzuschreiben. Wer sich dafür interessiert, kann dann gerne mal in unserer Master-Level-Veranstaltung wieder schauen, wo wir teilweise dann sowas machen. Aber hier machen wir das nicht. Was ich aber stattdessen dann hier machen möchte, ist einfach nochmal zwei, drei Beispiele dafür angeben. Also Beispiele von Ausdrücken, die wir in dieser kleinen Spielsprache dann aufschreiben könnten. Also ein Ausdruck, der hier aufgeschrieben werden könnte, wäre Successor von 0 und der evaluiert dann schlussendlich, wie man sich vielleicht vorstellen kann, zu 1. Oder mal ein etwas komplexerer. Ich könnte einen Ausdruck hinschreiben, der schaut, ob Is-Zero gilt und zwar für den Predecessor des Successors von 0. Und wenn das der Fall ist, dann soll dieser Ausdruck 0 zurückgeben und ansonsten sollte dieser Ausdruck den Successor von 0 zurückgeben, also 1. Und weil der Predecessor des Successors von 0 eben wieder 0 ist, evaluiert diese Condition, diese Bedingung zu True. Das heißt, wir geben das zurück, was hier in dem When drin steht. Das heißt, dieser komplette Ausdruck würde dann zu 0 evaluieren. So, jetzt haben wir die Sprache definiert und wenn man sich einfach nur die Syntax anschaut, dann sieht man, dass es da eine ganze Reihe von möglichen Ausdrücken gibt, die eigentlich gar keinen Sinn machen. Also ich kann da Ausdrücke hinschreiben, die syntaktisch legal sind, weil die Grammatik das erlaubt, aber diese Ausdrücke können eigentlich gar nicht evaluiert werden. Man wüsste gar nicht, was das denn eigentlich bedeutet. Und wenn wir jetzt einfach all diese möglichen Ausdrücke zur Implementierung dieser kleinen Spielsprache geben würden, dann würde diese Implementierung da an irgendeiner Stelle stecken bleiben oder einfach nicht weiter wissen oder vielleicht einfach einen Fehler zurückgeben, weil eben diese Ausdrücke nicht evaluiert werden können. Schauen wir uns mal Beispiele an von Ausdrücken, von denen manche tatsächlich Sinn machen und evaluiert werden können, aber andere eben nicht. Also wenn ich zum Beispiel folgendes hinschreiben würde, if und dann ist 0 von 0, then true, else 0, dann wäre das ein Ausdruck, der so keinen Sinn macht in unserer Sprache. Zumindest wäre nicht klar, ob dieser Ausdruck jetzt ein Bulschenwert oder eine Zahl zurückgibt. Das heißt, wenn wir das Ergebnis dieses Ausdrucks irgendwo anders verwenden wollten, wäre nicht klar, wo der jetzt dann verwendet werden kann. Vielleicht noch ein zweites Beispiel von einem Ausdruck, der so keinen Sinn macht. Wenn ich aufschreiben würde, ich möchte den Successor des Ausdrucks if 0, then true, else, und hier berechne ich dann den Predecessor von false, dann wäre das offensichtlich auch ein Ausdruck, der so keinen Sinn macht, denn wir können ja, der Predecessor von false ist nicht definiert und damit kann ich natürlich auch dieses komplette if nicht richtig evaluieren und selbst wenn ich jetzt vielleicht da irgendeinen Bulschenwert raus bekäme, dann würde ich schlussendlich noch den Successor dieses Bulschenwertes berechnen wollen und auch das geht so in der Form ja nicht. Das heißt, das sind im Prinzip Ausdrücke, die so keinen Sinn machen. So, die Frage ist jetzt, wie kriegen wir raus, ob so ein Ausdruck den Sinn macht, das heißt, ob die Implementierung unserer Sprache diesen Ausdruck tatsächlich evaluieren kann und ob da was ja wohl definiertes, sinnvolles rauskommt. Und ja, da das Thema dieses Moduls Typsysteme ist, ist die Antwort darauf Typen, denn wir können mit Hilfe von Typen überprüfen, ob ein Ausdruck tatsächlich sinnvoll ist und ob unsere Implementierung der Sprache, wenn sie diesen Ausdruck evaluiert, da auch einen Wert rausbekommt. Und zwar ist die Idee, dass jeder Term oder jeder Ausdruck, den wir aufschreiben können, wenn der einen Typen t hat, also wenn wir den Typen dieses Ausdrucks tatsächlich ausrechnen können, dann wird die Evaluierung dieses Ausdrucks auch nicht unterwegs stecken bleiben, sondern kann tatsächlich rausfinden, was der Wert ist, zu dem der Ausdruck evaluiert. Wir schreiben das Ganze dann mit dieser Doppelpunkt-Notation, also das ist einfach die universell gebräuchliche Form aufzuschreiben, dass irgendetwas einen bestimmten Typ hat, also wir schreiben dann, dass das kleine t, unser Ausdruck, das große t als Typen hat, also den Doppelpunkt, den kann man einfach als hat-Typ lesen. In unserer kleinen Spielsprache soll es zwei Typen geben, nämlich zum einen diesen Typen nat, der für natürliche Zahlen verwendet wird, also alle natürlichen Zahlen haben diesen Typen, und zum anderen diesen Typ bool, der eben für alles verwendet wird, was schlussendlich zu einem boolischen Wert evaluiert, also zu true oder false. Gehen wir am besten noch mal zurück zu unseren Beispielen, um das Ganze noch ein bisschen klarer zu machen. Also für diese ersten beiden Beispiele, die ich hier aufgeschrieben habe, ist es eben nicht möglich, den Typen dieses Ausdrucks zu bestimmen. Im ersten Fall ist das Problem, dass der Ausdruck scheinbar entweder true, also einen boolischen Wert, oder eben 0, also eine natürliche Zahl zurückgeben kann. Das heißt, wir können den Typen des Gesamtausdrucks eben nicht eindeutig bestimmen, und damit ist der Ausdruck auch nicht sinnvoll. Im zweiten Beispiel ist das Problem, dass zum Beispiel der Predecessor von false schon mal gar nicht definiert ist in unserer Sprache, denn wie wir sehen werden, gibt es einfach keinen Typen, den wir diesem Ausdruck zuordnen können, und damit hat dieser Gesamtausdruck auch keinen Sinn. Um auch nochmal ein paar positive Beispiele zu gehen, schreibe ich jetzt einfach nochmal zwei andere Ausdrücke auf, die eben einen Typen haben und damit dann auch sinnvoll sind in unserer Sprache. Also ein Beispiel wäre, if true, then false, else true. Dieser Ausdruck kann als bool typisiert werden, das heißt, egal was da jetzt, ob ich den then branch oder den else branch nehme, in dem Fall ist irgendwie klar, dass ich den then branch nehme, aber aus Typ-Systemsicht wissen wir das ja nicht, also egal welcher branch genommen wird, es kommt immer ein boolischer Wert raus, nämlich entweder false oder eben true, und damit ist dieser Gesamtausdruck dann auch vom Typ bool. Zweites Beispiel ist folgendes, ich schreibe einfach den predecessor vom successor vom successor von 0 auf, und da der successor jeweils, wenn ich den successor einer Zahl berechne, bekomme ich wieder eine andere natürliche Zahl raus, und der predecessor davon ist dann auch wieder eine andere natürliche Zahl, das heißt, dieser Gesamtausdruck wird dann vom Typ nat, also für die natürlichen Zahlen sein. Um jetzt genau zu wissen, welcher Ausdruck denn tatsächlich welchen Typ hat und ob ich so einem Ausdruck denn tatsächlich einen Typen zuordnen kann, brauche ich natürlich irgendeinen Satz von Regeln, und diese Regeln sind genau die Typ-Regeln, die dieses Typ-System dann auch formal definieren. Ich werde die Typ-Regeln für unsere kleine Spielsprache jetzt gleich aufschreiben, bevor ich das mache, vielleicht noch ein kleines bisschen Hintergrundinformation zur Notation. Also was ich hier verwenden werde, ist die Notation, die immer so einen waagerechten Strich in der Mitte hat, und zwar steht da irgendwas, zum Beispiel a oben drüber, und irgendwas zum Beispiel b unten drunter, und das ist eine sogenannte Regel, und was diese Regel einfach nur sagt, ist das, wenn das was oben steht, also in unserem Fall das a der Fall ist, also wenn das wahr ist, dann ist das was unten steht auch wahr. Also es ist im Prinzip eine einfache logische Implikation. Und das zweite, was ich hier verwenden werde, sieht so ähnlich aus, ist auch wieder dieser waagerechte Strich, bloß das oben nichts steht, sondern einfach nur was unten steht, und das ist eine Schreibweise für ein Axiom. Ein Axiom ist einfach etwas, was ohne Bedingung immer gilt, das heißt sozusagen b ist immer wahr. So, mit diesem Hintergrundwissen zur Notation kann ich jetzt die eigentlichen Typregeln aufschreiben, und zwar mache ich das in zwei Gruppen, einmal alle Regeln, die irgendwas mit Buhlschen Typen zu tun hat, und später dann alle Regeln, die was mit den natürlichen Zahlen zu tun haben. Fangen wir an mit den Buhlschen Typen. Die eine Regel, beziehungsweise das ist ein Axiom, was ich hier brauche, ist, dass der Wert true diesen Wert Buhl hat, und ich gebe jeder Regel noch einen Namen, die schreibe ich dann hier jeweils so daneben, und das wird später ganz nützlich sein, um zu zeigen, welche Regel wir denn tatsächlich anwenden, wenn wir die denn mal anwenden. Gleich wie für true muss ich das Ganze auch für false machen, wo ich sage, ohne irgendeine Bedingung, also wieder ein Axiom, ist false immer vom Typ Buhl, und ich nenne diese Regel t-false. So, jetzt habe ich die Regeln, die sozusagen uns helfen, true und false zu typisieren. Nun möchten wir das Ganze auch noch für komplexere Ausdrücke machen, zum Beispiel für den Fall, wo dieses if-then-else verwendet wird. Und was ich hier jetzt aufschreibe, ist folgendes, ich habe unten dieses if-then-else stehen, und zwar mit irgendeinem Term t1, der als Bedingung fungiert, einem Term t2, der genutzt wird, wenn die Bedingung wahr ist, und einem anderen Term t3, der genutzt wird, wenn die Bedingung falsch sein sollte. Und ich möchte sagen, dass dieser Gesamtausdruck einen Typ t hat, und t ist jetzt sozusagen ein Parameter, also das ist weder Buhl noch Nutt, sondern einer dieser beiden Typen. Und zwar kann ich das sagen, wenn folgende Bedingungen gelten, das wird jetzt nämlich eine Regel, weil ich schreibe oben auch noch was hin. Die erste Bedingung ist, dass t1 den Typ Buhl haben muss, also wenn dieser Ausdruck t1 kein Buhlscher Ausdruck ist, kann ich auch nicht berechnen, ob ich den then oder den else branch nehmen soll, und außerdem müssen sowohl der Ausdruck t2 vom Typ t sein, als auch der Ausdruck t3. Das heißt, beide Ausdrücke, die ich in dem then oder else branch nehmen würde, müssen denselben Typen haben, nur dann kann ich sagen, dass dieser Gesamt if-then-else Ausdruck eben diesen Typen t hat. Und diese Regel nennen wir tif. Schauen wir uns als nächstes mal noch die Regeln für die natürlichen Zahlen, also für unseren Typen namens nut an. Auch hier fangen wir wieder an mit einem Axiom, was uns sagt, dass 0 eine natürliche Zahl ist. Das Ding nennen wir t0. Dann schauen wir uns an, welche Typen diese Operatoren, Successor, Predecessor und is0 jeweils ergeben. Und zwar sagen wir, dass wenn wir den Successor Operator auf irgendeinen Term t1 anwenden, dann können wir sagen, dass das einen Wert vom Typ nat zurückgibt, wenn der Term t1 ebenfalls ebenfalls den Typ nat hat. Und diese Regel ist dann die Regel tSuccessor. Und so ähnlich machen wir das Ganze auch für den Predecessor. Also da wollen wir sagen, wenn ich Predecessor auf irgendeinen Term t1 anwende, dann kann ich sagen, dass das Ergebnis davon den Typ nat hat, wenn eben auch dieses t1 den Typ nat hat. Und dann haben wir noch einen Operator in unserer Sprache, für den wir jetzt noch kein Typ definiert haben und das ist is0. Und was wir hier raus bekommen möchten, ist, dass is0 von irgendeinem Term den Typ bool hat. Und zwar genau dann, wenn dieser Term t1 eine Zahl ist. Ich kann nur checken, ob etwas 0 ist, wenn das natürlich auch eine Zahl ist, weil die Frage, ob false jetzt die Zahl 0 ist oder nicht, macht zumindest in unserer Sprache hier keinen Sinn und sollte von daher auch nicht typkorrekt sein. Das heißt, die Bedingung hier ist, dass t1 vom Typ nat ist. Und diese Regel nennen wir t is0. So, und was wir jetzt mit Hilfe dieses Satzes von Regeln machen können, ist im Prinzip für jeden beliebigen Ausdruck, den wir in unserer kleinen Spielsprache aufschreiben können, zu überprüfen, ob es tatsächlich ein Ausdruck ist, der einen eindeutig bestimmten Typ hat. Und wenn das so ist, dann wissen wir, dass wir den Ausdruck dann auch vollständig evaluieren können. So, um das jetzt zu machen, also um tatsächlich zu überprüfen, ob ein Ausdruck einen Typen hat und wenn ja, welchen, müssen wir diese Ausdrücke typechecken. Und das wird so gemacht, dass wir eine Relation berechnen, die sich Typing Relation nennt. Das klingt jetzt kompliziert, aber im Prinzip, was das nur bedeutet, ist, wir versuchen, jedem Term einen Typen zuzuordnen, sodass diese Zuordnung mit allen Regeln, die wir hier verwenden, kompatibel ist und insbesondere versuchen wir dabei, die kleinste solche Relation zu finden. Das heißt, wir versuchen, das mit der minimalen Anzahl an Regelanwendungen zu tun. Wenn wir das machen können, das heißt, wenn wir zeigen können, dass dieser Term tatsächlich einen Typ hat, dann sagen wir, er ist typeable oder manchmal sagt man auch well-typed. Also das ist der Fall, wenn wir zeigen können, dass unser Term t eben irgendeinen Typ hat und zwar können wir dann auch aufschreiben, dass t eben diesen Typ hat, entsprechend unserer Regeln. Und wenn wir das machen können, dann können wir, und jetzt kommt noch ein dritter Begriff, die sogenannte Type Derivation aufschreiben und das ist einfach nur ein Baum von Regelanwendung, der schlussendlich zeigt, dass der Term klein t den Typen groß t hat. Schauen wir uns das Ganze am besten mal am Beispiel an und zwar schauen wir uns hier so eine konkrete Type Derivation oder Typ Ableitung an und zwar machen wir das Ganze mit zwei Beispielen und hier kommt jetzt erst mal Beispiel 1. Das ist ein Beispiel, bei dem wir zeigen können, dass der Term, den wir uns hier anschauen, tatsächlich einen Typen hat und zwar ist das das Beispiel, was wir vorhin schon mal so gesehen haben, nämlich if true then false as true. und wir wollen jetzt zeigen, dass dieser Term einen Typ hat. Wenn wir uns unsere Regeln jetzt anschauen, gehe ich mal kurz zurück, dann müssen wir quasi eine Regel finden, die zu dieser Konklusion führt, dass if irgendwas, wenn irgendwas, als irgendwas irgendeinen Typen hat und das ist diese t-if-Regel, die wir hier unten links sehen und wenn wir die hier anwenden, müssen wir also drei Dinge zeigen, nämlich dass t1 den Typ bool hat und t2 und t3 denselben Typen haben. Das heißt, was wir hier konkret zeigen müssen ist, dass true den Typ bool hat und dass false, also unser t2, einen bestimmten Typen hat und auch true diesen bestimmten Typen hat und das wird dann der Typ sein, zu dem der Gesamtausdruck evaluiert. Und das ist die Regel tif, die wir hier anwenden wollen. Gehen wir diese drei Sachen mal durch, wir sind noch nicht ganz fertig. Für das erste Teil, also um zu zeigen, dass true tatsächlich vom Typ bool ist, können wir ganz einfach dieses eine Axiom, was wir haben, nämlich t true verwenden, denn das zeigt uns im Prinzip genau das und damit sind wir an der Stelle des Baums auch schon fertig. Ebenso können wir für false zeigen, mit Hilfe von t false, dass der Typ von false bool ist und damit das Ganze jetzt aufgeht, muss jetzt hoffentlich der zweite, beziehungsweise der dritte Term hier auch noch vom Typ bool sein und das ist er, denn hier können wir wieder t true verwenden, was uns dann schlussendlich zeigt, dass true vom Typ bool ist. Das heißt, dieser Gesamtausdruck wird dann ebenfalls zum Typ bool typisiert und das heißt, wir können an der Stelle zeigen, dass unser Ausdruck tatsächlich einen Typen hat und somit wissen wir, dass das ein valider und sinnvoller Ausdruck ist, der schlussendlich auch zu einem Wert evaluiert werden kann. So, dann schauen wir uns mal noch ein zweites Beispiel an und bei diesem zweiten Beispiel werden wir eben nicht in der Lage sein, diese Type Derivation komplett aufzuschreiben, weil der Ausdruck eben keinen eindeutigen Typen entsprechend unsere Typ-Regeln hat. Fangen wir wieder mit dem Baum ganz unten an, also mit dem, was wir schlussendlich zeigen wollen. Der Ausdruck, den wir hier anschauen, ist folgender. Wir wollen wissen, ob der Successor von if 0 then true else predecessor von false einen Typen hat und versuchen wir jetzt einfach das mit Hilfe der Regeln, die wir hier haben, zu tun. Für diesen, so der äußerste Operator, der hier verwendet wird, ist der Successor-Operator. Das heißt, wir müssen hier an der Stelle jetzt versuchen, die t-Successor-Regel zu verwenden und wir wissen von unseren Regeln, dass die auf jeden Fall zeigen muss, dass das Ganze vom Typ NAT ist. Um das zeigen zu können, müssen wir zeigen, dass all das, was an diesen Successor-Operator übergeben wird, ebenfalls vom Typ NAT ist. Das heißt, was wir hier zeigen müssen, ist, dass if 0 then true else predecessor von false, dass dieser gesamte Ausdruck den Typ NAT hat. Und jetzt ist die Frage, können wir das zeigen? Wir sehen rein syntaktisch, dass das wieder so ein if then else ist. Das heißt, die Regel, die wir hier anwenden müssen, ist t if. Und jetzt sind wir an so einer ähnlichen Stelle, wie gerade eben schon im ersten Beispiel. Jetzt müssen wir nämlich zeigen, dass das, was wir hier vorne haben, der erste Ausdruck vom Typ bool ist. Denn nur dann können wir tatsächlich zeigen, dass wir diese if-then-else-Regel anwenden können. Und damit schlussendlich der Gesamtausdruck zu NAT typisiert ist, müssen wir auch zeigen, dass der zweite Ausdruck, also dieses true hier, dass das den Typ NAT hat. Und außerdem müssen wir dann noch zeigen, dass der predecessor von false ebenfalls den Typ NAT hat. So, und für jedes dieser müssen wir jetzt entweder ein Axiom oder eine Regel finden. Und das Problem ist, dass 0 natürlich nicht vom Typ bool ist. Also wenn wir nochmal zu den Regeln zurückgehen, dann sehen wir, das Einzige, was wir so als literal direkt zu bool typisieren können, ist true und false, aber eben nicht 0. Das heißt, an der Stelle stecken wir fest und es geht eigentlich nicht weiter. Und das Gleiche gilt für diesen zweiten Teilbaum, den wir hier haben. Denn auch hier haben wir keine Regel, die es uns erlaubt zu sagen, dass true den Typ NAT hat. Das heißt, wir können an der Stelle keine vollständige Type-Derivation aufschreiben, denn wir können kein weiteres Axiom oder keine weitere Regel hier anwenden, obwohl wir bis hierhin alles so gemacht haben, wie es eben nur ging. Und das heißt, insgesamt ist der Ausdruck, der ganz unten steht, eben nicht well-timed. So, und was wir damit wissen, ist, dass dieser Ausdruck tatsächlich nicht sinnvoll ist und können das jetzt auch formal mit Hilfe des Typsystems zeigen. Das heißt, wir müssen auch gar nicht versuchen, diesen Ausdruck dann tatsächlich zu evaluieren, denn wir werden nicht in der Lage sein, den Wert dieses Ausdrucks tatsächlich zu berechnen. So, als kleines Quiz, ob das Ganze jetzt insgesamt Sinn macht, habe ich hier mal einen weiteren Ausdruck in unserer Spielsprache und ihre Aufgabe soll sein, die passende Typing-Derivation dazu zu finden, also diesen Baum an Regelanwendungen, wie ich das gerade eben auch gemacht habe, versuchen aufzuschreiben, um dann hoffentlich feststellen zu können, dass dieser Ausdruck einen bestimmten Typen hat. Und die Frage, die Sie dann bitte, wenn Sie das gemacht haben, im Ilias beantworten sollen, ist, wie viele Axiome und Regeln braucht man denn, um das Ganze zu machen? Das ist also so ein kleiner Hashwert quasi, um zu schauen, ob Ihr Baum wahrscheinlich richtig aussieht. Also bitte an dieser Stelle das Video anhalten und das Ganze mal selbst machen, denn zuschauen ist immer schön und gut, aber das selber machen hilft wahrscheinlich dann doch am meisten. Ja, schauen wir uns mal die Lösung dazu an. Also die Aufgabe war ja diesen Ausdruck if false, then predecessor von 0, else successor von 0 zu typisieren. Das heißt, wir wollen hier einen bestimmten Typen schlussendlich rausbekommen. Jetzt geht es wieder erstmal von außen nach innen. Syntaktisch ist das Äußerste ein if, das heißt, die Regel, die wir hier verwenden müssen, ist die tif-Regel und die hatte drei Bedingungen. Das erste ist, dass das, was ganz vorne steht, nämlich in unserem Fall das false vom Typ bool ist und glücklicherweise gibt es da ein passendes Axiom zu. Das heißt, wir können mit diesem tfalse das schon mal abhaken. Wunderbar. Dann müssen wir zeigen, dass der Ausdruck, der beim then-Branch rauskommt, also in unserem Fall predecessor von 0, einen bestimmten Typ hat und wir müssen zeigen, dass das, was beim else-Branch rauskommt, nämlich in unserem Fall successor von 0, auch denselben Typen hat. Noch wissen wir nicht genau, welcher Typ das ist, aber werden wir hoffentlich bald rausfinden. Schauen wir erstmal den Baum in der Mitte oder den Teilbaum in der Mitte an. Also um herauszufinden, welchen Typ das hat, schauen wir uns die entsprechende Regel an, die wir haben für den Predecessor-Operator und das ist tPredecessor. und das legt fest, dass Predecessor immer nur einen Wert vom Typ nut ergeben kann. Das heißt, wir wissen schon, dass hier und auch hier schlussendlich nut rauskommen muss. Machen wir erstmal trotzdem in der Mitte weiter. Also um das zeigen zu können, müssen wir zeigen, dass das Argument, was wir an diese Predecessor und diesen Operator übergeben, ebenfalls vom Typ nut ist. Das Argument hier ist Predecessor von 0 und um zeigen zu können, dass das vom Typ nut ist, müssen wir zeigen, dass 0 vom Typ nut ist. Das ist wieder diese tPredecessor und dann um zeigen zu können, dass 0 vom Typ nut ist, können wir das entsprechende Axiom verwenden. Damit sind wir in der Mitte auch schon fertig, jetzt schauen wir noch rechts an. Also da müssen wir zeigen, dass der Successor von 0 nut ist. Das können wir machen, wenn wir zeigen können, dass 0 den Typ nut hat und hier sind wir wieder bei dem selben Axiom wie gerade eben schon angelangt und sind damit auch fertig. Das heißt, wir haben den Typ Ableitungsbaum komplett aufgeschrieben und können somit zeigen, dass dieser Gesamtausdruck vom Typ nut ist. Und um jetzt noch die Frage, die im Ilias war, zu beantworten, dafür braucht man also drei Axiome und vier Anwendungen von Regeln und damit ist der Baum dann noch vollständig. So, jetzt haben Sie gesehen, wie man so ein Typsystem eigentlich mal formal aufschreiben kann und wie man dann auch zeigen kann, ob ein gegebenes Stück Code, ein Programm oder in unserem Fall einen Ausdruck einen bestimmten Typ hat und überhaupt typkorrekt ist. In manchen Sprachen muss man ja wie gesagt nicht alle Typen annotieren als Programmierer und ein Weg, wie diese Typen dann trotzdem noch gefunden werden können, ist, dass man Typen inferiert. Das Ganze passiert in Sprachen, die statisch typisiert sind, aber wo die Programmierer eben bestimmte Typen weglassen können. Und diese Sprachen bieten dann bestimmte Garantien, nämlich dieselben Garantien, die auch Static Type Checking normalerweise anbietet, eben ohne dass man alle Typen explizit hinschreiben muss. Das heißt, der Programmierer muss weniger Typen annotieren, hat aber trotzdem dieselben Garantien wie in einer komplett statisch typisierten Sprache, wo man alle Typen hinschreibt. Was wichtig ist zu verstehen, ist, dass das anders ist als Gradual Typing, wo der Programmierer selbst entscheidet, wann und ob er bestimmte Typen annotiert. In Sprachen mit Typ Inferenz müssen statisch alle Variablen und alle Ausdrücke einen festen berechneten Typen haben, der entweder eben inferiert wurde oder vom Programmierer explizit annotiert wurde. Eine Sprache, die das sehr gut implementiert, ist Scala. Deswegen habe ich hier mal ein kleines Scala-Beispiel, um diese Typ Inferenz zu zeigen. Also was wir hier machen, ist zum einen eine Variable definieren, in die wir diesen Stringwert reinschreiben. Und obwohl wir dieser Variable BusinessName eben jetzt nicht explizit einen Typen zuordnen, wird der Scala-Compiler das für uns tun. Also der Scala-Compiler wird inferieren, dass diese Variable BusinessName den Typen String hat. Außerdem haben wir hier unten eine Funktion definiert, und zwar die Funktion SquareOff, die einen Wert x nimmt. Und wir annotieren explizit, dass dieser Parameter, den wir hier reingeben müssen, vom Typ Int sein muss. Was wir dann aber nicht annotieren, ist der Rückgabetyp dieser Funktion, sondern hier steht einfach nur, dass diese Funktion x mal x ausrechnet und das dann auch zurückgibt. Und was der Scala-Compiler dann für uns macht, ist zu inferieren, dass der Rückgabewert also auch ein Int ist, weil wenn man zwei Ints multipliziert, kommt auch wieder ein Int raus. Und mit Hilfe dieser Typ-Information, die jetzt teilweise durch Annotationen gegeben ist, teilweise aber auch einfach nur inferiert wurde vom Compiler, kann schlussendlich für diesen Aufruf dieser Funktion hier unten ein Compiletime-Typfehler ausgegeben werden. Denn wir wissen jetzt, dass dieses SquareOff von der Zahl 23 ein Int zurückgeben wird. Und wir wissen aber auch, dass BusinessName den Typ String hat. Und das Typsystem von Scala erlaubt nicht, Integers in String-Variablen zu schreiben. Und deswegen ist das Ganze hier Typ-Inkorrekt und wir bekommen den entsprechenden Typ-Fehler. Wie genau diese Typ-Inferenz jetzt implementiert wird, ist ein super spannendes Thema, aber übersteigt definitiv diese Veranstaltung. Deswegen werden wir das nicht weiter erläutern, aber stattdessen zum Abschluss dieses Moduls zum Thema Typsysteme noch ein kleines Quiz haben. Und zwar wieder in der Form von vier Sätzen, die ich aufgeschrieben habe, von denen manche korrekt sind und manche nicht. An der Stelle dann bitte wieder das Video kurz anhalten und über diese Sätze nachdenken, in Ilias abstimmen, ob die jetzt stimmen oder nicht und erst danach weiterschauen. Schauen wir die Lösung mal an. Also die ersten drei Sätze sind alle falsch, der vierte stimmt allerdings. Der erste Satz hatte gesagt, dass Typen, um kompatibel zu sein, gleich sein müssen. Aber was wir ja gesehen haben, ist, dass Kompatibilität von Typen eben nicht Gleichheit und auch nicht Äquivalenz erfordert, sondern dass oft Typen ineinander konvertiert werden können und damit kompatibel sind, obwohl sie eben nicht gleich sind. Der zweite Satz stimmt auch nicht, denn er sagt, dass Coercions, also implizite Typ-Konvertierungen, bedeuten, dass ein Programmierer einen Wert von einem Typ zu einem anderen Typ castet. Aber eben das passiert hier nicht, sondern diese Coercions sind implizit. Das heißt, der Programmierer muss nicht casten, sondern das macht die Sprachimplementierung automatisch. Der dritte Satz hat behauptet, dass Typ-Konvertierungen immer garantieren, dass die Bedeutung eines Wertes erhalten bleibt. Aber das stimmt leider nicht, denn zum Beispiel haben wir in C gesehen, dass man ja Zahlen oder auch Werte, die in größeren Mengen von Bits gespeichert sind, konvertieren kann in kleinere Repräsentationen und dabei gehen oft Informationen verloren, zum Beispiel indem die Nachkommastellen von einer Floating-Point-Zahl abgeschnitten werden. Der vierte Satz stimmt, manchmal stimmt auch was. Zum Beispiel dieser Satz, der sagt, dass Programmiersprachen, die Typ-Inferenz anbieten, wie zum Beispiel Skala, was wir hier gerade gesehen haben, statische Typ-Garantien anbieten können. Und das ist korrekt. Also in diesen Sprachen werden Typen, die nicht annotiert werden, inferiert. Und nur wenn das möglich ist, ist das Programm dann auch typkorrekt und wird vom Compiler als solches dann akzeptiert. Ja, und dann sind wir am Ende des Moduls zum Thema Typ-Systeme. Ich hoffe, Sie haben jetzt einen besseren Eindruck davon, warum man Type überhaupt in Programmiersprachen hat, wie die da konkret verwendet werden und was es da alles für verschiedene Arten und Weisen gibt, diese Typen in Programmiersprachen zu integrieren. Wir haben auch ein bisschen angeschaut, wie Typ-Systeme formal aufgeschrieben werden, sodass man dann formal zeigen kann, dass ein Stück Code tatsächlich einen Typ hat und damit auch sinnvoll ist, sodass Sie auch die Blickweise auf Typ-Systeme zumindest mal ein bisschen kennengelernt haben. Damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal!